Ja, das ist ein 1955-Volkswagen Beetle. Es hat den Air-Conditioner, ein High-Performance-Engine, aber das Rest ist stock. Ich habe es einfach so gekauft. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, den Air-Conditioner installieren. Das ist es. Genau, vor 200 Jahren habe ich auch mal so einen Beetle gefahren. Das war eine geile Zeit.